So, willkommen zurück zu Universim. Wir spielen den Schöpfermodus und das müsste Folge 21 sein. Ich gehe mal aus der Pause raus. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt wieder demnächst sehr viele Regenwolken erzeugen muss. Ach Gott, das war das Nachbardorf. Das hätten wir jetzt nicht löschen brauchen. Ich habe es ja selber angezündet. Im Moment das größte Problem immer noch die Nahrung. Also, ich schaue jetzt, ob die Fischerhütten alle besetzt sind. Wie sieht es hier mit dem Wasser aus? 83, okay. Eine ordentliche Regenwolke mal drübersetzen. Hier arbeiten Leute an der Pflanzenproduktion. Mehr Arbeiter in die Fischerei. Bauernhof, okay. Da, da. So, im Wald. Wald. Himbeeren. Nochmal Himbeeren. Einfach, einfach alles da rein. Grasland. Nahrung. Auf dem Berg. Trag. Trachenweilfrucht. So. Fischerei. Sieht gut aus. Oh Gott, meine Nahrung. Ja, arbeiten zwei. da auch ich muss immer mal schauen nicht dass irgendwo was brennt einfach alles mit arbeitern voll klatschen hier ich höre ein ufo packen wir eine regenwolke drüber lass mal einfach mal so ein bisschen abbrennen gut da hat sich schon wieder jemanden verletzt da will ich auch mal jetzt nichts ändern dran obwohl wenn ich ihn gerade sehe kann man dann doch was dran ändern ein paar gebäude heilen so gucken wir mal rathaus ich brauche dringend mehr einwohner wieder 31 rohe nahrung restaurant du bist auch verletzt mann da 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 ingenieure warum sind so wenig leute eingeteilt bei mir da ist noch oh gott die brauchen alle essen o gott o gott oh gott oh gott oh gott oh gott brennt es schon wieder Meine Güte, alles heilen. Taverna. Schauen, da, ach das ist ein Asteroid, das passt, hier war das UFO abgestürzt, hier arbeitet niemand drin, in der Schule, Bauernhof, was ist mit den Himbeeren? Ja, verbessern brauche ich das nicht. Alle fleißig, alle fleißig. Rehabilitationszentrum. Da gehst du mal rein. Ähm, Feuerwehr. Das ist schon wieder der Asteroid, der da geraucht hat. Gut, oh, okay, diesmal sieht die Ernte besser aus. Effekte. Glas, Chemie, Zement, Kloncenter, Plastik. Hm. Restaurant? Ja. Knapperer, bitte rein. Hat sich wieder jemand verletzt? Hier sehe ich Wolken. 93. 93 kommt da. Bisschen Regen. Puh, Puh, Puh. Tutorhaus, Ingenieure gibts hier, zumindest ein paar. Nochmal ein paar Häuser, so was ist das, Mamboro Frucht, Teufels Salat. Wenn ich jetzt... Die Dinger baue. Also, sprich... Carbonfaserfabrik, okay. Zementfabrik, wir bauen einfach mal alles einmal. Chemie. Elektronische Komponenten. Moment, bekomme ich das hier noch davor? Jawohl. Nein. So. Da, da, da. Treibstoff. Ah, wie viel Platz? Treibstoff. Glas benötigt Wüste. Okay, passt. Das zählt wohl als Wüste. Plastik. Ähm... Stahl. Okay, das war's. Einmal Ingenieure. Und nochmal Ingenieure. So, es wird Winter. Das heißt, wir überspringen die Jahreszeiten einmal. Oh Gott, da fehlt Regen. Unsere Ölquelle. Ölpumpe. Wurde geheilt. Das, das. Alles im Umkreis heilen. Oh Gott. Heilen. Regen. Nochmal Heilung. Oh Mann. Ah, okay. Das. Wetterstation. Komm. Dich müssen wir mal schnell heilen, du bist irgendwie krank. So. Da, da, da. So. Brennt's noch irgendwo. Nicht wirklich. Ähm. Leithaus, Flughafen, hab ich doch alles. Zement. Achso, die müssen ja erstmal fertig werden noch. Okay. Da, da, da. Heilen wir mal noch ein paar Sachen hier einfach. Da hinten fehlen Leute. Im Wachtturm. So. Die guten Dinge werden errichtet. Puh. Großbauprojekt. So. Bevölkerung. Jetzt. Muss ich langsam mal die Bevölkerung wieder verbessern. Wasser ist da. Strom ist da. Holzfäller. Da hat sich schon wieder jemand was gebrochen. Mach mal erstmal so ein paar kleine, kleine Dinge. Die freuen sich da alle. Zack, zack, zack. Mal das ein bisschen heilen. So. Friedhof. Wie sieht's da eigentlich aus? Das ist Altersschwäche. 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 Gut. Ich bin nicht zufrieden mit. Auf der Farm können wir arbeiten. So. Im Rathaus. So. Will jemand Bürgermeister werden? Du zum Beispiel. So. Da hat sich der nächste verletzt. So. Oder kleiner Feuerwehrmann. Wir haben die Bauarbeiten zu unseren neuen Fabriken schon alle abgeschlossen. Noch nicht ganz. Hier auch noch nicht ganz. Ähm. Heilung, Heilung, Heilung. Wir bauen mal hier hinten ein Restaurant hin. Und einen Brunnen. Ähm. Zu welchen Gebäude gehört dieses Schild? Ach so. Zu der Fabrik. Okay. Cool. 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 Hier arbeitest du und du. Brunnen. Du und du. Ei, ei, ei. Okay. So. Und dann beenden wir mal unsere Folge. Ich sage tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020